Wir verschwenden Zeit. Traumreißer könnte diese Barriere sofort spalten. Ist diese leichte Aufgabe euch zu viel? Wenn die Quelle mit meinen Flammen erfüllt ist, wird sie das Reich niederbrennen. Und durch diesen Baum wird Azeroth brennen. Und ihr lasst mich meine Macht auf eure Niederlagen verschwenden? Ich dachte nur, verzeiht, wir reißen diese Barriere ein. Nein, tut ihr nicht. Ich dachte nur, verzeiht, wir reißen diese Barriere ein. Ich dachte nur, verzeiht, wir reißen diese Barriere ein. Ich dachte nur, verzeiht, wir reißen diese Barriere ein.